Nee, alles safe soweit. So, ich trau der ganzen Geschichte gerade nicht. Ich will zumindest zum nächsten Speicherpunkt hier durchkommen. Aber ich glaube fast, dass der da oben steht. Da ist er! Erwischt! Yes! Dachte ich es mir doch, dass der irgendwo hinter mir ist. Alter! Jetzt überlebe ich aber nicht mehr lang. Weil ich nicht den gleichen Speicherpunkt kriege. So, hoch hier. Hier geht es nicht weiter. So, aber wieder in der Hocke hier voran. Da kann man auch die Scheiße hier überleben. Ich brauche dringend Lebensenergie und natürlich eine Schutzweste. Weil sonst mache ich es hier echt nicht mehr lang. Hier auf diesem Bötchen. Das wäre dringend ratsam. Vor allem gesünder für mich. Das ist eine aufgemalte Tür. Hier liegt noch Muni rum. Aber so viel brauchen wir da nicht. Eine Mumpel haben wir uns rausgenommen aus dem Magazin. Um hier wieder weiter zu machen. So. Jetzt hoffe ich, dass hier außen keiner mehr steht. Sonst überlebe ich die Sache nicht. Sieht aber bis jetzt noch gut aus. Hier so rumschleichen. Eigentlich liegt man... Ah, Speicherpunkt. Das sehe ich gern. So. Gehen wir mal hier rein. Ganz vorsichtig. Was zur Hölle geht hier vor? So. Da hat mich einer gehört. Wo kommt der jetzt? Seltsam. So. Komm her hier. Du hast mich doch gehört. Was war das für ein Geräusch? Ja, dann komm her. Ein bisschen schneller. Ich logg dich extra schon an. Ich frag mich, was das war. Wann bist du... Ich glaube, ich hab was gehört. Bist du so dämlich oder tust du nur so? Hätt schwören können, dass da was war. Es gibt's ja nicht. Ist da jemand? Ja. Kommt ihr jetzt endlich mal? Ich logg euch eh schon an. So. Erwischt. So. Wir werden angegriffen. Ich glaube, er sucht nach der Frau. Tja, die wird er nicht finden. Wir bringen sie in den Bunker. Crow, Ende. Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. So. Schön. So, gucken wir mal rum. Vielleicht haben wir hier ein bisschen was. Was ist denn los? Kleine Sequenz. Die Pässe. Okay. Kein Lebenszeichen von Val. Aber ich habe ihre Kamera gefunden. Außerdem gibt es dann noch eine Akte von einem Typ namens Krieger. Dieses Archipel eignet sich ideal für meine Forschungen. Die Inseln liegen weit ab der internationalen Schifffahrtsrouten. Hier kann ich meine Arbeiten durchführen, ohne von der Außenwelt gestört zu werden. Es wird nicht einfach. Aber die Zukunft der Menschheit hängt vom Erfolg meiner Forschungen ab. Es wird mir gelingen. Okay, was wird der wohl erforschen? Wir sind in einem Ort, den Sie Bunker nennen. Sagt Ihnen das was? Ja, holen Sie ein Boot und wir treffen uns. Schon auf dem Weg. So, dann müssen wir ein Boot holen. Hoffentlich überleben wir das. Mir wäre Lebensenergie und... Ah, Lebensenergie und eine Weste. Perfekt. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Sonst wäre ich hier angeschmiert gewesen. So, hier um die Ecke mal gucken. Nee, ist nichts. Ich höre hier schon wieder Leute. Das gefällt mir gar nicht. Fuck! Nix, hey du! Ich habe dich wohl oder übel getötet, hä? Habe ich gut gemacht, ne? Da kannst du nichts sagen. So. Jetzt gehen wir hier aus der Hocke raus und hoffen wir mal, dass hier nichts mehr ist. Nee, hier liegt nichts mehr rum, was wir brauchen können. Beim Lebensenergie ist eh full. Und natürlich die Schutzweste. Hier wäre nochmal so ein Zeug, wenn es wäre... Oh, Speierpunkt. Das sehe ich gern. Ah, du bist das! Komm, raus hier! Ah! So, den haben wir erwischt. So, hier sind auch Leute. Alter! Kurz ins Loch hier runter. Und natürlich Lebensenergie und Ding holen. Schutzweste. Und dann raus hier. Und das so schnell wie möglich. Ja, Alter! Hier geht es ja voll ab. Um wie es hier abgeht. Alter! Fucking! So, jetzt mal hier schön übers Deck ballern. So, so schlau sind die nicht. Äh, eher du. Wenn du hier noch ein bisschen rumläufst. Dann tue ich mich ein bisschen leichter. Ja, dann sehe ich euch. Da ist auch einer hinten. Der bleibt schön in Bewegung. Kann man nichts sagen. Aber. Man kann sie doch erwischen. Sind doch ein bisschen dämlich. Verflucht! Er nimmt mir schön langsam meine Weste weg. So, jetzt ist er weg. Alter, und der Nächste kommt hier ums Eck. Der will in den Nahkampf. Aber da hat er bei mir schlechtere Karten. Alter, hast du Guerilla-Taktik drauf? Du bist ja ein komischer Vogel. So. Mal hier rumgucken. So, sieht nicht so aus. Alter, der hat mich ja jetzt voll weggemäht. Mit dem Stand MG. Ist ja krank. So, dann halt nochmal. Auf ein neues. So. Wo ist das Flugzeug? So, den haben wir erwischt. So, ich stelle X um. So, ein bisschen mehr Mumpeln rauslassen. Fuck, nachladen. So. Komm, in den Zoom. Fucking. So, gut umgenietet. Mal gucken. Da läuft noch einer. Gut erwischt. So, schön langsam hier umlegen alle. Huh, erwischt. So. Er schießt hier. Irgendjemand meint, mich hier treffen zu können. Hä? Alter, was hast du zerschossen? Du bist nicht unbedingt der Hellste von allen. So, erwischt. So, ich stelle wieder auf Einzelschuss um. Ist ein bisschen besser. Sieht so aus, als wäre der nicht oben. So. Komm, steh auf. So. Den haben wir erwischt. Können wir hier mal kurz runter. Uns die Lebensenergie und alles schnappen. Das ist gesünder für uns. So, komm. Ja, hoch hier. Alter. So. Die Leiter mag ich nicht. Die funktionieren immer so selten. So, immer auf der Hub bleiben und natürlich Munition wieder einsammeln. Oh, eine Schutzweste wäre hier auch rumgelegen. Aber so wie es aussieht. So, Munition haben wir wieder relativ voll. So. Jetzt sind wir voll. Und ich muss hier rein oder was? Nee. Wo muss ich denn hin? Hier ist so ein Signal. Ach, das ist da drüben. Da ist es. Unser Boot. Da, wo wir hin müssen. So. Ausgerottet haben wir ja hier eh schon jeden. So wie es zumindest aussieht. Alter. Ja, jetzt kommen wir hier schon besser zurecht. Das hat ein bisschen gedauert. Bis ich mit der Steuerung klarkam. So, verwenden Taste war F. So, komm. Drücke verwenden Taste, um das Boot ins Wasser zu schieben. Na, komm. So, äh, hallo? Hätte ich hier nicht, äh, runter dürfen. So, komm. Vom Haken, Junge. Zu schieben. Hä? Die Wortwahl finde ich gerade ein bisschen, äh, blöd. Äh, hallo? So, kannst du hier runterfallen? Nee, sieht nicht so aus. Alter. Kann ich hier bitte wieder? Ach, nö. Was soll denn der Scheiß jetzt? Muss ich jetzt das Ding hier durchschließen? Ah. Au. Das hat wehgetan. So, jetzt hängt hier das Boot rum. So, jetzt muss ich jetzt hier ranschwimmen. So. Um hier das Boot loszuschießen. So, getroffen, plums. Ah, ist es im Wasser. Und ich habe einen Haufen Lebensenergie verloren. So. Okay, ich habe ein Boot. Was nur? So. Dann fahren wir los. Die Chance besteht darin, das Kommunikationsnetz zu unterbrechen. In dem darauffolgenden Chaos können Sie dann fliehen. Das Netz zu unterbrechen müssen Sie nach Kabatou. Fahren Sie nach Osten und halten Sie nach Kabatou. Aufschau. Okay, wird gemacht. Wir sind mal unterwegs. Neuer Ladebildschirm. Huh. Jetzt haben wir endlich das Bötchen hier geschafft. Und endlich erledigt. Hui. Schön ist es. So. Aber ich würde dann mal sagen, nach diesem Ladebalken. Oder ich sage vorher schon, ciao, bis zum nächsten Mal.